Meep. Meep meep. Und? Der Launcher ist schon so klein, dass ich da scrollen muss. Ja, also das Interface ist komplett weird irgendwie. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, also bei mir, die beiden anderen Modi haben nicht funktioniert, dass mein Cursor ganz woanders irgendwie... Da versuche ich auf die Schallflächen zu gehen, aber der Cursor geht nicht drüber. Ich stoppe jetzt einfach mal und schaue mal was passiert. Das ist absolut wild, man. Ja. Aber hey, Fullscreen geht's da auf jeden Fall. Das sind die Waifu. Wenzler. Eraven. Klingt fast wie aus der Herr der Ringe. Vielleicht sind wir da ein Herr der Ringe, wer weiß. Das klingt koreanisch. Nein. Äh, wie nenne ich mich denn? Ach, das ist immer so eine schwierige Entscheidung. Uff, wer ist er denn? Badal the Golden. Holy Crap, er ist halt freaking Son Goku Cosplayer, Mann. Was? Ja. Ich verstehe immer um die Hälfte, je nachdem wie laut die Musik wird und ich habe gerade irgendwas mit so einem Cuckoo Cosplayer verstanden. Ja, und keine Ahnung. What the heck? Der Typ ist ja immer übelst krank. Vor allen Dingen, alle sehen relativ normal aus und dann kommt er. Oh, hab ich eigentlich so ein komisches Kind als Bild. Äh, ich hab glaub... Mit nem Schnurr... mit nem Schnurrbar. Was? Wolltest du mir erzählen, dass ich jetzt diesen komischen Justin Bieber spielen muss? Wir müssen beide Justin Bieber spielen. Und er sieht echt aus wie Justin Bieber. Oh no. Tja, ich spiel Mahavo. Ich bin nämlich Yon... Yon war. Äh, oder? Ach, man kann ein Item wählen. Okay. Ich nehm die Rüstung. Keine Ahnung. Was macht Sandwich? Ich nehm die Sandwich, um deine Gesundheit zu rechnen. Ich mache eine andere Aktion, während ich den Kanzler mit dem Buff. Okay, ich bin bereit. Ich seh schon, dass das endet in einem Desaster. Ich nehm die krasse Waffe. Weil ich so... Also die Kiste, oder was? Ja. Ich hab einfach keine Ahnung und wir werden auch so hart abkacken. Oh ja. So viel steht fest. Auf Twitch waren irgendwie Leute mit Top 10 Solo Player, Waiting for Shadow Arena. Oh ja, da seh ich mich. Hallo. Ja. Wронigen. noodle. So, was ist jetzt? Jetzt sehe ich diese Zürcher in dieser Lüge. Jetzt habe ich eine rausgepackt und habe ich kein Vollbild mehr. E ist übrigens im Blink und Q ist kurz unverwundbar. Jetzt wird es ernst. Ach stimmt, jetzt kommt man nicht aus, wo man hinfliegt, ne? Echt? Ja. Oh Gott, hier sind so viele schwarze Typis. Wo gehen wir hin? Ähm... Ich weiß nicht, bist du der blaue Punkt auf der Karte? Äh, ja. Wahrscheinlich. Aber wie ist denn die Map öffnen? Jetzt können wir einen Skillpunkt verteilen. Oh no, ich bin rausgekommen. Ja. Ach, R ist looten oder was? Okay. Ja. Ganz komisch. Das ist das Inventar. Okay. Und G ist dann was an, also anziehen. Ein Super-Armor-Wilden, ja, ja. Was ist ein Gegner? Ja. Ripp Chris. Hä? Ripp Chris. Jopp. He dead. Er hat mich einfach mal getushottet. Nein, nicht ganz, aber getushottet. So, wie zieht man jetzt hier Items an? Habe ich überhaupt welche? Ich habe gar keine, glaube ich. Ist das alles in meinem Inventar? Zwei Items? Also der eine hat mich gekillt und dann... hab ich wiederbelebt. Ist das ja so ein komisches Ei. Die Gegner sind halt, wie bei Black Desert, einfach nur Autohits drauf machen. Ach, Tapes-Map. Wo bist du denn eigentlich? Da links? Also, wie der eine mich gerade angepasst hat, dann ist er abgehauen und hat mega geleckt. Hast du Ink oder was? Äh, ja, ich hab... Aber die randen immer von mir weg? Ich weiß gar nicht warum. Ich greife mich von hinten an und dann... Get him! Tasten. Tasten. Nice. Ne, da ist ein zweiter jetzt da. Wieso war der nicht dead? Check ich nicht. Ich glaube, wie der eine sich geheilt hat. Achso, man hat auch Heiltränke. Ja, ich hab... Ich hab aber auch grad Heiltrank... äh... genutzt und es hat nichts geild, also... I don't know. Der war einiger Volk gewesen, nachdem eigentlich der... Ich seh' jetzt eigentlich auch... Ich seh' jetzt eigentlich auch... Du bist auch dead, oder? Ja. Okay, nix wie raus hier. Rang 19 von 19? Dein Ernst? Ich bin Rang 18. Ja, weil ich vor dir gestorben bin. Hä? Wie kann das... Achso, man hat vielleicht noch ein Team zwischendurch gestorben. 0.1. New Highscore. Ja. Oh, es gibt ja ordentlich Zeugs. Heißt, kann man sich ein Item aussuchen, oder wie? Ah, achso, war das okay. Was? Ich kann mir jetzt ein Item auswählen, was ich in dem Match aufgehoben hab, und das kann ich dann für irgendeines der Spiele verwenden. So wie du grad eben halt vorher die Waffe gepickt hast bei dir. Ja. Ja. Alles ziemlicher Schrott. Ich hab irgendwie eine komische Schuhe gehabt. Ich mein, das kann man for free machen, oder? Sealed Item. Ist das jetzt nicht irgendwie begrenzt, oder so? Statt 6 da. Bei. Item will be sealed and available for you to take into another match. However, you must complete a mission in a match to break with sealed and use the item. Sure. Aber es hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Okay, back to the Lobby, da wo wir hingehören. Und nicht Borderless Window einstellen, weil dann schon die Curse nicht mehr. Ja. Und vor allen Dingen, ich kann meinen Controller nicht ausschalten. Soll ich den jetzt anplagen, oder was? Dem eh. Ich hab noch nie ein Game gehabt, wo man nicht Controller Vibration ausstellen kann. Das ist super annoying. Das tiltet mich ohne Ende, no joke. Okay. So, aber diesmal lassen wir gemeinsam irgendwo hinhüpfen. Ja, wo bist du? Wohin? Äh, lass mal... Watchtower, ganz links oder so. Ganz links. Ja. Wadda heck war das? Kannst du ja immer noch ein bisschen weiterhüpfen. Kommst du mit? Ja, okay. Ja. Dann lass mal hier in diese komische Burg, oder was ist da... Naja, was ist das überhaupt? Lass mal hier irgendwie landen, gucken was hier ist. Oh Gott, ich bin super geslapet. Was ist das für ein Weapon? Was ist das für ein Weapon? Ist das für ein klang? Oh Gott, ich bin super geslapet. Oh, hier ist ein Gegner bei mir. Ja. Oh Gott. Schnecks abgehauen. Ich bin die Gorn. Easy. Ich bin doch gespielt. Je höher du nimmst, desto mehr Punkte brauchst du. Der Angriff ist ziemlich cool. Irgendwie ein komischer Kochtopf. Oh. Kann man kaputt machen. Oh. The stacks were made. Ich find's halt gut, wie die ganze Zeit mein Controller einfach auf den Tisch mobiliert. Na dann mal looten, hm? Oh, ich hab ein besseres Schwert bekommen. Ich hab jetzt schon drei gelbe Sachen. Ich glaub, der ist bestimmt gut. Jetzt ist das Zeichen weg auf der Karte. Ich hab ein Gegner. Oh, das ist unglaublich. Oh Gott, die hassen mich. Das sind ganz schön viele. Ah, fuck. Oh Gott. Ich hab mich an zu greifen. Ich hab mich an zu greifen. Oh Gott, ich hab mich an. Hey. Du bist endlich gestunnt. Ey. Hm. Oh, das geht immer noch nicht. Weiß ich nicht, da waren irgendwie 20 Gegner auf dem Haufen. Das sind diese Points of Interest auf der Karte. Ich kann mal gucken. Sind so diese schwarzen Geistertypen drüber. Ach, das kann schon schief gehen. Woher kommt das? What? Oh Gott! Was denn? Ist das so ein stärkerer NPC? Dann hat er was Gutes gehabt. Ein Short Sword, für mich. Was? Na ja, da hinten ging auf der anderen Seite ist einer. Also du hast gerade einen Fight, glaube ich. Die fighten da in der Mitte. Ja, das ist ja jetzt auch fast vorbei. Also, guck mal wie klein es wird. Ja, dann schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Halt rein getrunken. Aber der Hälfte nicht. What? Wie viel Schaden macht der? Der kriegt gar keinen Schaden. Okay, du hast ihn trotzdem noch gekillt. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Wer ist bei dir? Was ist das denn? Kommt! Bei dir. Hä? Das Big Tater-Mod ist so komisch. Ja. Hä? Ich glaube, es scheint er nicht eigentlich. Sein dummer Char. Was ist das denn? Oh, man. Ah, ja. Zweiter. Nice Trial. Also du gehst diesmal auch links. Ja. Ja, ich war nur Brain-Afkar gewesen, aber ja. So, wie ich gleich einen gelben Bogen gefunden habe beim ersten Map. Wow. Da muss ich jetzt auf Range spielen. Hol mal ein bisschen was zusammen hier. Ah, Gegner. Okay, schlecht. Ich habe gerade einen Mob-Train gebaut. Es geht smells gut. Ja, dann geht es tot. Schlecht. Ja, ich habe halt super viele Mobs geholt. Aber du musstest ja eigentlich outrunnen können. Ja, der ist jetzt auch hier bei dir. Ja. Was ist das denn für ein Bot der? Das ist jetzt die Frage, kommt da wieder ein Gegner oder portet einen das der? Kann man das vorher sehen? Oh, no. Are you serious? Ich wurde aus der Zone gekillt. Die kämpfen, glaube ich, da vorne. Also einer hat mich gerade von ihnen angeschossen. Hä? Wieso bin ich dead? Wie viel Schaden hat mir das gerade gemacht? Super Mario Odyssey. Ja, auf dich, Spaß. Ich finde es schade, dass man irgendwie nicht sieht, was die für ein Level hatten oder für Items oder so. Ja, ich würde auch gerne wissen, wie viel Schaden ich gerade bekomme auf dem Ende. Also ich war 60% live noch gewesen, meine ich. Oh, war vielleicht ein bisschen viel. Okay. Ach, Quatsch. Das ist gut. Rechts von uns. Ja, ich renne rein und bin instant betäubt. Das ist gut. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht Ja, ich komm einfach nicht mehr aus dem Stunlock raus Zeig ich doch Ja, die haben ja auch nur mich gefokust Ja, also ich weiß nicht, wie du nicht sagen kannst, dass man nicht perma gestunnt ist Ja, wenn halt zwei auf dich einschlagen, das kommt immer drauf an, vorher nicht, aber gerade eben haben sie irgendwie, aber ich glaub das war fast nur die Magierin, das versteht nicht wie Ah, hier ist der Kessel So ist schön Sicher bauen, gut dran hier Schön, dass man alles einsammeln kann Zack Schnitzel Das ist schön Das ist schön Das ist schön Das ist schön Dein Dein Das ist 있어 ich bin schon wieder dead Das war ja auch mega die Todesfalle, da sind sie alle einfach mal rein und haben gespammt. Das auch nicht. Rumlaufen, looten und am Ende auf die Fresse kriegen. Ich finde, die Gegner kriegen einfach keinen Schaden. Oh, was ist das hier? 30.000 für so einen Helden ist aber schon krass, oder? Das ist halt Ultradeth-Game. Ja, das ist doch gar nicht zu schaffen überhaupt. Ich meine, das ist ja noch krasser als bei Royal Crown. Ich habe jetzt in den, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, die wir gespielt haben, habe ich 158 von diesen Coins gemacht. Na, ich 220. Was sagst du dazu? Zu dem Spiel? Ja, es ist okay, aber es ist aber irgendwie nichts Besonderes. Das reißt einen nicht vom Hocker, oder? Ja, es ist halt... Ich meine, der PvE-Anteil, der halt irgendwie der größte Teil der Spielzeit-Ingame ist, ist halt nur ein Kaputthauen von Puppen, ja. Die machen ja nichts, die scheiße Mobs. Ja, das stimmt einfach, ja. Und das Looten ist halt auch nicht interessant, weil du halt eigentlich immer nur das Bessere von der gleichen Art equipen kannst. Also es gibt jetzt nicht Items mit verschiedenen Stats oder Werten, wo du sagst, okay, ich versuche mal jetzt auf den Stats zu gehen oder darauf, sondern es ist halt einfach nur... Ja, das finde ich zum Beispiel ziemlich komisch, dass es sowas nicht gibt. Aber es hatte Black Desert auch schon nicht. Also die hatten auch Com-Stats, da gab es so ein paar verschiedene Stats und Stats, aber hier ist halt auch wenig. Black Desert hatte absolut null Itemization. Also da gab es vielleicht 50 verschiedene Items in dem ganzen Game gefühlt. Das war's. Und actually hatte man nur ein Set, was man wirklich anziehen konnte. Es gab nur das eine. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt habe. Ich glaube nicht, dass es anders ist. Ja, hier ist es halt ähnlich. Deswegen ist es so... Ja, weiß nicht. Ich finde, das PvE in dem Spiel hat einfach keinen Wert irgendwie, kein Meaning so wirklich, weil du kannst einfach alles zusammenpolen und das ist halt einfach egal. Du polst die Mobs alle zusammen, haust die weg und das war's. Und dann bist du nur im Kisten. So spielt sich übrigens PvE im Endgame von Black Desert auch. Ja. 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 Ja.